Zur Not würde ich es aber auch alleine machen, also... Da müssen die Leute dann auch Verständnis haben dafür, natürlich. Ich will deine Kräfte ja nicht zu sehr laben. Wie gut die Ramse Füße lecken kann... Vielleicht sollte ich nicht immer alles vorlesen, was da steht. Ach du Scheiße! Guck mal! Ein Goldklumpen! Ein wildes Geo-Rock erscheint! Ah, Junge, Junge, Junge! Jetzt bin ich aber total baff, das heißt... Nein, dafür nehme ich keine Goldene Himmibeere. Eigentlich ist mir das Shiny komplett egal. Wir schauen einfach nur, dass der jetzt im Ersten drin bleibt und dass alles gut ist. Können die Shinies da fliehen? Ja, bestimmt. Oh mein Gott! Geo-Rock wurde gefangen! 1-7 Ah, jetzt hätte das Level Up noch kommen müssen. Das wäre richtig genial. Der sieht jetzt gar nicht mehr aus wie ein Shiny. Wo ist denn der glitzernde Hintergrund? Erstes Shiny! Den mitnehmen und den als Bodenangreifer! Das wäre es doch jetzt! Olaf, Olaf! Olaf Schubert! Wieso habe ich den nicht Olaf Schubert genannt eigentlich? Immer safe! Immer safe! Genau! Fang alles! Frage da! Scheiß! Toll! Kannst es nicht entwickeln! Ne, das kann ich nicht! Der kleine Dicke! Und... Level Up auf 55! Jetzt, pass auf! So! Zeig ich mal! Olaf Black entwickelt sich! Nanunana! Uh, gleich Dragoran! Geo-Rock für Kadabra! Da wird schon wieder ausgetauscht! Glückwunsch! Olaf Black wurde zu einem Dragoran! Jetzt sieht er doch richtig schön aus! Ich hoffe, der kriegt doch gleich noch eine Attacke dazu! Weil der irgendwie trotzdem bisher nichts Sinnvolles hat, glaube ich! Weil immer noch nichts Sinnvolles ist! Doch, doch, doch! Flügelschlag! Ah! Ja, da ist eh Quatsch drauf! Ich glaube, Flügelschlag hat's äh... Trifft das Ziel mit ausgebreiteten Flügeln! 60! Slam! 80! Flügelschlag! 60! Slam! Aber ich habe ja kein... Äh... Ich habe ja keinen Taubos mehr im Team! Mit, äh... Flugattacken! Da kann ich dem ja mal eine Flugattacke lernen! Und ich glaube, gleich geht's so weiter, dass ich ihm irgendwie noch was anderes geben muss! Oder so ähnlich! Oh! Oh! Oha! Guckt ihr das an! Aber das kennt ihr ja schon, das wisst ihr ja! So! Oh! một답